so hallo und herzlich willkommen hier bei mir im dampferzimmer heute seid ihr bei einer premiere dabei ich habe vor menthol aroma selbst herzustellen im endeffekt ist es dann ungefähr so dass man dieses aroma dem der base also der base hinzugeben kann in so zwei bis fünf prozent oder weniger oder mehr also fünf prozent ist schon für die harten ich kenne welche die dampfen das so so ein bis zwei prozent ist eigentlich so das gängige was man anhalter zu mischt dass man ein bisschen menthol geschmack dazu kriegt dafür habe ich mir besorgt menthol kristalle weiß nicht ob das jetzt so klappt wahrscheinlich wird schwierig einfach menthol kristalle 100 gramm außerdem habe ich ohne 100 milliliter weingeist das sind die beiden sachen die wir dafür brauchen man kann es eigentlich auch mit hitze in pg auflösen aber dann besteht die gefahr dass es zurück kristallisiert dass es dann nicht gebunden bleibt im endgültigen liquid und deshalb habe ich jetzt einfach auf die menschen gehört die das schon öfter gemacht haben und hat mir weingeister zugestellt ich überlege ob ich überhaupt mit auf den tisch nehmen eigentlich ja doch ist schon schöner wenn man das ein bisschen besser sieht also dann abmarsch auf den tisch so schwupps da sind wir auch schon also als erstes werde jetzt mal gucken dass ich diese kristalle hier in meinen erlmaier kolben schmeiße zweimal 100 gramm ergeben ungefähr 200 milliliter habe ich so vermutet mal sehen was hinterher dabei rauskommt dann reiße ich jetzt mal erst mal das ding hier auf gespannt das riecht gut sind die kristalle jetzt gucke ich mal dass ich die alle da rein bekommen ohne viel soll also man muss das jetzt nicht mit magnetrührer machen wie ich das gemacht ich denke das reicht auch wenn man das einfach irgendwo drei rein kippt und eine zeit lang stehen lässt ich wollte das jetzt ein bisschen beschleunigen meine fresselte entschuldigung sind das viele da bin ich mal gespannt ob das klappt und ich habe gesagt das haut so hin so tüte ist leer das sind jetzt 100 gramm menthol kristalle riecht schon mal lecker hier ein bisschen sauna aufguss jetzt habe ich hier den weingeist den gebe ich jetzt einfach mit da drauf und guck mal was passiert also wie gesagt premiere ihr seid dabei wenn man herangehen moment ich gehe mal näher an so ein bisschen näher an jetzt gebe ich das einfach also ihr seht oben gar nicht seht ihr immer noch nicht also ich gebe jetzt hier oben das zeug rein dann seht ihr was unten passiert gut guck mal sieht doch ganz gut aus eben alle kristalle bedeckt und jetzt rühre ich das einfach mal oder lass das rühre schön selber machen lassen ja mal gespannt ich kann eine zwischenzeit ein bisschen quatschen also menthol an sich habe ich früher öfter gedampft seitdem ich dark menthol dampfe so gut wie gar nicht mehr und was bei dieser mischung die ich jetzt gerade zusammen brudeln hat das tolle ist man braucht maximal fünf prozent hinterher eher weniger also die meisten sagen zwei prozent ist dem schon zu heftig na also das kann man wirklich ganz vorsichtig dosieren und eigentlich bin ich darauf gekommen weil ich im moment so ein bisschen lust auf mal was anderes habe ich habe schon das ein oder andere liegt wird versucht jetzt selber zu machen das schmeckt mir aber nicht alles nicht so wie ich mir das vorstelle jetzt habe ich noch eine idee was ich gern umsetzen möchte ein bisschen tabak ein bisschen menthol ein bisschen blaue früchte weiß nicht so heidelbeer oder so mal gucken ich habe so was im kopf was ich gern hätte ich muss mal gucken ob ich das realisiert bekomme na gut also das wird jetzt hier gibt mal ein bisschen glas ein bisschen schneller rührt hier die kristalle sind noch nicht aufgelöst also mit hitze geht das ein bisschen besser wobei der weingeist das eigentlich ganz schön zersetzen soll ich habe aber keine ahnung wie lange das dauern soll gucken einfach mal ich mache jetzt einfach mal naja das passt nicht dazu das hätte ich jetzt einfach mal ich habe den ikarus hier neu ist vom barbis das neue projekt 25 mm verdampfer top coiler schmeckt grandios mit dem labris der hat wieder den kipptaster man kann einfach den die ganze kombi ein bisschen zusammen drücken und erfeuert wollte ich gleich noch mal neu sie können mal was neues auszuprobieren aber das gehört jetzt hier nicht nur so am rande erwähnt wie das aussieht dauert es ein bisschen länger naja gut ich hole nochmal in die totale und dann erzähle ich euch noch mal kurz was so da sind wir auch schon wieder also ich habe das jetzt noch mehr ein paar minuten rühren lassen man sieht ich hoffe ihr seht das sieht man das ist total beschlagen ist absolut kalt geworden das heißt da drin muss eine menge verdunstet sein oder eine chemische reaktion stattgefunden haben dass das ganze sehr kalt gemacht hat gut ich fühle das ganze jetzt hier meine nähmaschinen ölfläschchen ab und werden aufkleber drauf kleben damit ich dann auch weiß was da drin ist und das kann man jetzt einfach in einem geringen prozentsatz seiner base beimischen wenn man aromapur haben möchte oder einfach ein bisschen menthol bei seinen liquids dazu packen dafür ist das ganze gedacht sieht so aus als wäre es mehr als 200 milliliter mal sehen dann habe ich es wirklich kühl geworden keine ahnung wenn jemand ahnung von chemie hat oder so also ich vermute jetzt dass was verdunstet ist deshalb kühl geworden ist vielleicht ist das aber auch irgendeine andere reaktion könnte ja meine konto kommentare kloppen wenn ihr wisst was das war gut da haben wir es auch schon und somit habe ich 200 milliliter aroma echt eine menge war gar nicht so teuer bisschen menthol kristall und diesen weingeist zu kaufen ich vermute das würde auch funktionieren wenn man das jetzt nicht unbedingt auf dem magnetrührer macht sondern einfach in ein gefäß packt was groß genug ist und einfach stehen lässt dann wird das denke ich auch funktionieren aber jetzt habe ich hier 200 milliliter aroma gut diese woche sehr kurz ich dachte ich lasse euch einfach mal teilhaben daran wie ich mein mein menthol aroma mische gut das war's ne ich wünsche euch für immer was und will sagen wir sehen uns nächste woche bis dahin tschö 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 tschö